Die kleine Kuh lebte zufrieden mit ihren Freunden auf dem Speiseplan des Menschen. Mit dem Schwein, dem Huhn, der Ziege und dem Schaf war es zufrieden und sie beteten zu ihrem Gott. Gott, hilf uns! Doch da raschelte es in den Alufoliebergen. Wer war das? Wer wollte da auf den Speiseplan? Es war ein Monster. Die Monster kamen zur Gebetsstätte der Tiere und wurden begrüßt. Hallo, was wollt ihr hier? Wir wollen auf den Speiseplan. Wir werden euch vertreiben. Im Angesicht der Monster riefen sie zu ihrem Gott. Gott, hilf uns! Der hat sie bitter rechte. Danke Gott! Oh nein! Mein Bruder! Wache! 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 Warum? Ach Gott! Oh Gott! Oh Gott! Gott! Oh Gott! Was hast du mit meinem Bruder getan? Weiß ich nicht! Da! 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 Oh Gott! Go! Wo ist meine drin? Ah! Wache! Wisst ihr bei mir das werde. Eww! Was? Und so blieben die Insekten auf dem Speiseplan des Menschen. Und die kleine Kuh betete zu ihrem Gott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017